Früherer SFB-Intendant Günther von Lojevski gestorben Der frühere Intendant des damaligen Senders Freies Berlin, SFB, Günther von Lojevski, ist tot. Er starb in Grasbrunn bei München im Alter von 87 Jahren, wie seine Tochter und ZDF-Studioleiterin in Nairobi, Susann von Lojevski, am Sonntag der Deutschen Presseagentur sagte. Der RBB berichtete auch darüber. Von Lojevski wurde wenige Monate vor dem Mauerfall 1989 zum Intendanten gewählt und blieb es bis 1997, als er sich in seiner zweiten Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig zurückzog. Der Senderchef stand vor der schwierigen Aufgabe, nach der Wiedervereinigung dem Teilstadtsender, der in finanziellen Schwierigkeiten steckte, eine Neustruktur zu geben. Aus der Fusion des SFB mit dem ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, OB, entstand 2003 der öffentlich-rechtliche ARD-Sender Rundfunk Berlin Brandenburg, RBB. Von Lojevski hatte davor die Idee einer noch größeren Mehrländeranstalt im Osten gehabt, bekam dafür aber wenig Unterstützung. Von Lojevski wurde in Berlin geboren und promovierte nach dem Studium. Der Journalist arbeitete für mehrere Medien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bei Verlagen. Dazu zählt unter anderem ein Volontariat bei der Hannoverschen Allgemeinen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017